Dein Spiel beginnt, ein gewöhnlicher Spiel. Das ist gut. Das ist so laut. Hallo? Ich... Hanna, wo sind Sie? Sie haben alle mich verlassen. Wo sind Sie jetzt? Was ist das Nummer? Wir sind alle ins Hotel in der Red Hood. Wir sind alle ins Hotel in der Red Hood. Wie weit entfernt sind Sie? Ich weiß nicht. Ich muss kenne, wenn ich da komme. Du kannst nicht. Es gibt kein Signal. Nun... Es geht nicht. Geht einfach ins Bett, Hanna. Aber hör' dich. Sicher, dass du nicht... Es ist zu laut, gell? Bitte, ohnehin. Guten Abend. Ich gucke gleich mal, dass ich es noch ein bisschen leiser kriege. Ich möchte es jetzt wieder verlassen, bitte. Ah, Maja, I presume. Oh, don't be alarmed. Your friends booked you in. Let me just check. Ah, yes. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. You're very nice friends. Ich gucke schon. Very nice. And there's quite a few of you I see as well. Nice to see so many fresh, young faces. For a change. You're here for the music festival in town, I presume? Yeah. We were supposed to be camping there tonight, but... There's hardly weather for that, is there? Will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just get going. That's fine. That's fine. And if you don't mind me asking, Maja, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? Starts around midnight, usually. It's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called Hugo Hunch. He's sort of this comedic sociopath. Says things that you're not supposed to say, and that sort of thing. It's quite popular with students. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay. I'd rather just go to bed. Sorry. Fine. 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 Which way are the rooms? Just take the lift. You're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and then drop your key off in the box, if you will, Maja, please. Tomorrow. Okay. Best show in town are no takers. Who needs proper entertainment when you've got U-Tune or MyFace or whatever? Stupid, uncultured... Do you have a light room to do? They're naughty. Don't start this again. I don't want to hear it, okay? Not tonight. Naughty children are bad eggs. They need to be taught a lesson. Shut up. Just shut up. You always do this. They're paying customers. They haven't done anything to you. Just leave them alone. Bad eggs need cracking. Whack them hard and crack the shell. Kick them down the stairs to hell. You know what you need to do, Jimmy. Show them who's boss. That's the way to do it. I'll do it slow. Good evening, Sissy. And hello, Laurie. Kitty, I hope you're doing it. Hehehehehehehe. Hehehehehe. Hehehehehe. Hehehehehehehehe. Hhehehehehehehe. Oh... Es bringt aktuell noch nichts, weil das Spiel so scheißerlaut ist. Ich will halt nicht auf verlassen klicken oder so. Kann ich so? Ich muss in die Einstellung. Du musst herausfinden, was du getan hast und erzählst alles, was du getan hast. Bist du Crusher? Das Sea View Hotel hat eine dunkle Vergangenheit. Hört ihr mich überhaupt? Seine Geister haben eine Geschichte zu erzählen. Verwenden sie den Geister und Geisterdetektor, um mit ihnen zu sprechen. Kann ich nicht vielleicht mit einmal noch gehen? Sie werden dir Jimmys Geheimnisse verraten. Ich wollte gerade wieder gehen. Scheiß aufs Festival. Aber Jimmy muss die Wahrheit verbergen. Okay, hört mich. Muss ich nicht schreien, ja? In jedem Preis. Das ist der Gerät, das du gefunden hast. Wähle es aus, um es einzuschalten. Nee, ich wollte ganz gerne mal kurz in die Option gehen. Nein, kann ich nicht. Kann die Stimmen der Geister wahrnehmen, wenn du nah genug bist. Wenn du es noch nicht gesehen hast, geh zum Menü und schau dir das Tutorial-Video an, bevor du weitermachst. Öffne Menü. Muss ich jetzt das Tutorial spielen? Ich möchte gerne den Zaun leiser drehen. Spielwerte, nein. Sichtung prüfen, Tutorial und Intro anschauen. Okay, das gucken wir uns gleich an. Aber ich möchte... Aha. Nein. Credits. Spielanwalt. Ich möchte gerne den Zaun leiser drehen. Geht hier aber irgendwie nicht. Kann das sein. Verlasse das Hotel. Sicherer Ausgang. Nee. Nur ein bisschen leiser drehen. Okay, dann muss ich im OBS leiser drehen. Bedeutet, ihr hört dann auch die Sounds nicht so laut. Und ich höre es halt hier volle Pulle jetzt. Super. Hallo Blitzy. Wunderlich einen guten Abend. Du siehst, dankeschön, Männchen. Wie geht's dir? Können wir das aktuell... Können wir... Ist gespeichert. Uwe. Warte. Sound senken. Audio-Lautstärke. Stufen zurücksetzen. Sättigung anpassen. Helligkeit. Schnelles verlassen. Nee. Menü aufrufen. Aber ist es jetzt leiser für euch? Soundtrack senken. Müsste es gehen, oder? Gucken mal. Wenn nicht, dann... Wir machen mal dieses vollständiges Tutorial anschauen. Das ist zu laut. Das ist zu laut. Die Jagd. Aber jetzt haben wir nicht aufgepasst. Er steckt sich wo immer er kann. um Ecken. Um Ecken. Um den Schatten. Warte darauf, dass du kommst. Er schlechter sich von hinten an sie heran. Nee. Kann sich nicht auf der Treppe verstecken. Okay, Treppen sind sicher, Chat. Wir merken uns das. Treppen sind sicher. Es ist halt immer noch scheiße laut, ne? Strategie. Wenn Jimmy sie sieht, gehen sie weg. Aus seiner Sichtlinie. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das machen kann. Du kannst dich in jeden unverschlossenen Raum verstecken. Wenn Jimmy reinkommt, versteck dich in einem Kleiderschrank. Oder im Badezimmer. Benutze den Türspion in Gästezimmern. Um zu sehen, ob Jimmy draußen ist. Okay. Rufen sie, um ihn anzulocken. Um zu kontrollieren, wohin er geht. Eine Zimmerschlüssel im Schubladen. Schließt Jimmy aus den Zimmern aus. Oder sperren sie ihn ein. Wenn sie zuerst ankommen können. Wir prüfen die Räume schnell, indem du durch Schlüssellöcher schaust. Die Toten. Oh Gott. Hallo Tass. Wunderlich. Guten Abend. Sie haben jetzt eine mörderische Vergangenheit. Seine Opfer haben ihn nie verlassen. Sie spucken immer noch im Hotel. Benutzen sie den Geisterempfänger, um mit ihm zu sprechen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Fragen sie nach den Dingen, die sie gesehen haben. Fragen sie nach wichtigen Zusammenhängen. Dann werden sie erscheinen. Dann folgen sie den flackernden Lichtern. Und achten sie auf seltsame Geräusche. Benutze einen Kompass, um dich zu orientieren. Ach du ernsthaft nicht. Wenn sie in der Nähe sind, schauen sie sich weiter um. Behalten sie still und schauen sie voraus. Majas Talent. Talentiert. Maja kann in die andere Welt ziehen. Hier an einen schwach beleuchteten Ort. Benutzt er den Spiegel. Du wirst sehen, den Standort. Okay, ja den Standort von Geistern. Verbindungen zwischen Gegenständen und Geistern. Manchmal stiehlt Jimmy Dinge, wenn er sie erwischt. Suchen sie nach ihrem Geisterempfänger im Lagerraum im ersten Stock in der Nähe der Treppe. Finden sie Kompasse und Schlüssel in den Gästezimmern. Wo war jetzt nochmal der Lagerraum? Lesen sie die Geister-Empfänger-Anleitung für weitere Tipps zur Geisterjagd. Okay, interessant. Ein Kampfgeister-Empfänger anschauen, was ist das? Im ersten Stock in der Treppe merken. Wichtig. Das müsst ihr mir gleich sagen. Das war doch gerade, das hatten wir doch gerade schon, oder nicht? Ja, doch. Das hatten wir gerade schon. Okay. Ja, ich möchte jetzt... Okay, wir machen jetzt weiter. Wir können... Können wir auch einfach gehen? Hätte ja klappen können. Okay. Ruf nach Jimmy. Beginne Konversationen zu... Okay. Wenn du keine Antwort bekommst, ist kein Geist in der Nähe. Ein lautes Geräusch bedeutet, dass ein Geist in hohem Energiezustand in der Nähe ist. Ist jemand da? Ist jemand da? Okay, scheint nicht zu funktionieren. Wir gucken erst mal hier unten. Der tapst ja oben rum, der gutste, ne? Du musst einen Kompass um... Jaha! Okay. Hä? Puschi... Puschi... Puschi direkt erstmal Motion Sickness. Erstmal... War ein schöner Stream-Ted. Okay, man kommt hier halt... Ja, schöne Bilder an der Wand. Ich kann mir die leider nicht angucken, ne? Hier, da war zu. Da war auch zu. Gott. Ich bin mal gespannt, wie lange ich spielen kann. Ich suche die Treppenhaustür. Hier kommt er nicht hin, ne? Vielleicht will ich hier unten noch gucken. Weil der tapst ja oben rum gerade, der ist. Alter! Typ Ketzer. Typ Ketzer. Äh, 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 out of order. Ich will nicht den Aufzug rufen. Hier wollen wir auch nichts machen, ne? Halt, hallo! Versuche, rufe den Aufzug. Das kriegt der bestimmt nicht mit. Wunder ich dir einen guten Abend, Typ. Ketzer, ich aber dir geht's gut. Ähm... Kann ich mich noch umentscheiden? Boah, Alter! Die passen... Ich hab mir so schön in die Hose. Hier sind irgendwelche... Alter, ich dachte gerade da vorne steht der. Das ist ein... Meine Fresse. Chats! Ah, hier ist das, okay. Okay. Okay, hier ist das Lager. Hier finden wir unsere Sachen wieder. Richtig? Richtig. Kann ich mir hier noch irgendwas angucken, ne? Kannst du vorher gucken? Nein? Gut. Find ich super. Chats! Kann ich hier abschließen? Kann ich hier abschließen? Du hast einige Trophäen und Preise gefunden. Toll! Bemerktes Trophäen. Was kann ich jetzt hier machen? Ach, da stecken. Sieht super aus. Dankeschön. Johnny, wunderschönen guten Abend. Ja. Du müsst das im richtigen Moment triggern. Damit ich mich so richtig erschrecke. Ich will durch den Spion gucken. Der gibt mir doch bestimmt ein bisschen. Er gibt mir doch bestimmt noch ein bisschen Zeit, um mich so ein bisschen in dieses Spiellein zu grooven, oder? hier ist kein licht hallo nein dunkel ach komm meine zähne lösen sich wuschel verliert ihr gebüß ja ich sehe nix wo bin ich jetzt gekommen 118 ist zu dunkel ich muss eine abklingzeit auf die sounds machen ist ja schrecklich ich werde heute nicht alt bei euch ich merke das schon jeder wollte sich hin stop hallo ich würde nie da wollte ich hin 119 könnt ihr mitschreiben war das ist nicht mehr gruselig ich habe meinen schlüssel gefunden was denn deadlock schlüssel um schlüssel auszuprobieren öffne dann inventar stelle dich vor eine tür und wähle den schlüssel aus ok wir können mit dem richtigen schlüssel verriegelt und entriegelt werden ok wir haben jetzt wir haben jetzt da guck pass auf das ja öffne notizen dann hat der nicht so ein aber hat hat er nicht so ein generalschlüssel oder sowas ich werde erst mal ganz kurz was machen ich werde mal auf die sounds es tut mir leid ihr süßen mich muss da echt ein timer drauf packen ansonsten das gruselt mich ja dann nicht mehr vor allem ich sehe schon meine motze haben zu tun kann das sein ich mache da nur einen kleinen rein ja und ich muss die warte die müssen die warteschlange überspringen und sitzen meine motze andauernd erstmal an ja 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 speichern kannst du nicht was wird blübschen ich muss da durchhören stöpsel ja dachte ihr hättet mit mir patze hättet ich möchte erst mal durch den spion glas gucken ok erlasse den raum sperr die tür zuerst auf hallo hatte das da kommt sie von alleine drauf nicht dass ich ihr das noch sagen muss nimm das mit nimm es mit kann ich das ich werde es mitnehmen nein ade ist alle hallo tun die unerschönen guten abend der kind alles musst du dir sagen ja wo ist er denn ich dachte ist war der nicht hier war doch aber auf der etage oder nicht haben wir in 115 schon drin ich habe keine ahnung scheinbar nicht 114 ist zu dunkel geht's dir toni alles gut bei dir das heißt von wo sind wir jetzt gekommen von da wir müssen hier lang das ist aber ein schöner raum das schön hell hier bleiben wir hast du schon getrunken wann sollte ich trinken deadlock gefunden ok also aktuell passiert ja hier nichts nach mir geht es wunderbar das ist schön so den kompass gefunden nie das tutorial geht mir ständig auf den sack dass ich den scheiß kompass finden muss warte mal könnte ich nicht theoretisch wenn ich im dunkeln bin so dunkel ist raum 112 noch mal checken habe ich doch gerade weiß warte mal waren wir da nicht gerade drin es war doch der raum gerade oder nicht da war ich den noch mal checken also ist dann da vielleicht noch mal was drin da ist nichts beide seiten ach so ist einige flaschen whisky und andere den nämlich sofort sofort die gibt mir die sie mit haben wir sie mitgenommen haben wir sie mit nein wir haben sie doch ich möchte gerne muss ich einen kompass finden ne ne habe ich eine map oder so ne ja sein können dass sie irgendwie hier mit so einer road map oder sowas durch die gegend läuft das trinken mit exodus habe ich schon wir haben wissen whisky haben wir guck whisky wir sind jetzt sowas von safe hier muss ich lang da nein hier 107 also verstehe ich das richtig ist aber ich soll jetzt nicht alle oder mann mit einer map eine sehr mächtige waffe und ein schutzschritt wäre jetzt gut und eine tina lady für mich bitte das problem ist da lag gerade ein scheiß schwert und sie hat es nicht mitgenommen doch wir haben ein schwert wir haben wir haben ein schwertschät alles wird alles wird gut ja was brauchst du ich weiß aber ich finde die kapas nicht ich suche das schon kann es sein dass wir in 108 schon drin waren ich weiß nicht gerade irgendwas gehört er teilweise hat an sie nicht so schnell um die ecken macht mir ein bisschen angst du hast ja teilweise hast du hier in den räumen guck mal so ne so ne kisten hier waren wir schon wollen wir mal in den zweiten stock gehen chat muss ich eigentlich ein kompass und magischen spiegel finden scheint aber nicht hier unten zu sein hier waren wir schon chat 1 1 0 waren war 1 1 0 1 1 1 und da hier ist so eine truhe die haben wir schon durch und haben sie als ein pusherl was einige okay wir waren hier doch noch nicht so ich jetzt mit alten kopfhahn muss auch in den schrank gucken im schrank kann man sich verstecken aber da kann man ja nicht gucken schrank kannst du dich nur verstecken das weiß ich von grund noch wann diese kiste kannst also in die kiste und in die schubladen das weiß ich noch was krank ich weiß ja nicht notieren chat 1 1 1 kommen wir nicht rein klempner rufen jetzt haben wir alles im grunde genommen ne warte mal hallo zu wir könnten jetzt mal in den zweiten uge wo ist denn unser zimmer eigentlich hin darf ich nicht hier drin darf ich nichts tun bin ich gut war das lager chat haben jetzt auch gesehen so einfach hinlegen und weiter pennen ja ich habe unseren raum gefunden ich bin sehr stolz auf uns 1 0 1 so suche hier das ist der schlüssel bestimmt den wir hier drin vergessen haben book deadlock schlüssel machen wir jetzt erstmal zu und dann überlegen wir was wir als nächstes tun möchte mit wie hast du laufen 1 0 1 das wollen wir gar nicht wissen ja ist jetzt der ist bestimmt das der hat sich ins bett gelegt ist ich denke mal der wird auch müde sein ne also wenn hier das ganze hotel voll mit irgendwelchen teenagern ist oder sowas dann hast du da bist du natürlich kaputt so also ich würde ja vorschlagen wir gehen im zweiten stock warte mal wenn ich jetzt raus rechts rum ne ist dann nicht da die stelle wo er die wird das eine mädel da gerade weggeschleift das ist ja eh nicht da die muss er erstmal wegbringen ist das verfolgt ja von diesem komischen psycho typen spiel das heute durch ich weiß ich habe keine ahnung wie lange ich dafür brauche wenn ich ehrlich bin den chat so weitermacht dann bin ich in einer stunde kaputt äh so pass auf zack wir schließen auf was jetzt so gut war ich weiß ja nicht hallo sie mehr service auch gott sei Dank wir haben Kompass gefunden heultet in richtung nahgelegener geister da bei der tür in einem zimmer oder küche im erdgeschoss nutze den spiegel um hinweise darüber zu finden wo du hingehen oder welche objekte du als nächstes benutzen sollst ich glaube mein mund löst sich hier gerade auf chat mit lorone schlüsselkompasse und den geisternerfänger zu lokalisieren wo ist es denn wo ist es hin ist recht in der annahme dass dadurch dass ich jetzt diese beiden sachen gefunden habe es jetzt losgeht dann hätte ich heute mit fest tags beleuchtung hier geschlafen ich sage wie es ist also dunkel ist es ja schon okay ich habe noch ein 103 rein das ist aber sollte sich zurecht machen warte wow detox im wunderschönen guten abend ja ich habe mich heute mal nicht geschminkt ich sehe immer so aus okay pass auf kompass kompass kaputt hier war das mit dem mädchen kann ihm ja nö ist klar dann brauche ich wahrscheinlich 24 dafür du hast ein altes blutverschmiertes tuch gefunden du hast einige kindische gewalttätige zeichnungen gefunden also die details haben so gut getroffen die kids oder das kind spaß darf es sein hat bestimmt nee das ist tatsächlich aufgeklebt hier das andere hier das habe ich gemacht ja du hast ja ich gucke ich kann damit jetzt nichts machen oder also ich kann mir das jetzt nicht rausholen und nochmal anschauen oder so ne lass mal durch das ding schauen ich drehe mich mal in die andere richtung weiß nicht warum aber irgendwie klang das war grad das war so die safe variante gerade stimmt ein deadlock schlüssel sie haben einen schlüssel mit zeichnung von treppe erster stock schlüssel mit der bezeichnung gefunden lagerraum da hatten wir doch aber schon zugriff drauf oder nicht auf den einen lagerraum ja ich schalte weg was mache ich jetzt noch mal mit dem spiel benutze magischen spiegel lg liebe grüße was heißt lg außer liebe grüße ob wir nach unten gehen was ist ein lg lagerraum ne ich hab mal ne frage ging es hier raus was ist denn mit dem kompass da unten eigentlich los warum macht denn der das so langsam kannst du ein bisschen schneller drehen ist ja schrecklich ich hab ne orientierung wie ein weißbrot ich hab ne orientierung wie ein weißbrot da war ich noch nicht hier waren wir noch nicht guck mal glaube ich also ich muss irgendwas mit lg das werden wir gleich noch machen erstmal gucken wir hier die aha guck mal deadlock schlüssel gefunden für 123 nee ich drehe mich lieber so musst du eigentlich mit den geistern machen ich muss also ich muss die geister finden und dann muss ich ich muss erfahren was hier mal passiert ist sie haben bereits einen kompass ja schade terpentin immer gut wenn der angreift können wir ihm das terpen oh nadel und eine flasche diazepam natürlich haben wir das mitgenommen warum auch nicht sollte man immer eine handtasche dabei haben das problem ist der spiegel hat mir jetzt gerade gezeigt was ich machen muss wenn ich das richtig verstanden muss hier lg irgendwas alles stimme stimme dreamcatcher dreamcatcher stimme weinendes mädchen richtig lg ich denke mal das ist ganz unten ja gut das wollte ich jetzt nicht machen das problem ist ich finde gerade nicht mehr zum elevator zum na linksbums aufzug schön dass mir dann nur die englischen wörter einfallen 121 waren wir hier schon drinnen ist gerade irgendwas gehört paddel so so ein paddel interessant was wurde ach komm schon wieder lagerraum was wurde hier in diesem zimmer getrieben hm muss ich mit dem diazepam verteidigen Mai auch der mich angreift kriegt er das volle diazepam aber sowas von ich glaube ich glaube mein mund geht ab also der kompass hier unten zeigt mir an wo geist ist mhm was steht denn da oben eigentlich dran das ist irgendein zeichen ok warte mal dann müsste doch hier irgendwo dieses scheiß treppenhaus sein oder nicht oder nicht das klo treppenhaus ich habe da einen schlüssel dafür oder nicht warte mal treppe etage 1 auf die treppe kommt er nicht treppe aufgesperrt ne ich möchte nach unten nach unten so ok da haben wir keinen schlüssel für war das gerade im spiel ist da die tue offen häntgen hier hinten waren wir noch nicht drin ich, äh, ich möchte weiter rein bäh! hallo? Ich darf hier nicht mehr weiter rein. That's interesting. Who's that? Ist nur im Dunkeln, ne? Ah, bestimmt, das war ja nur im Dunkeln. Okay, never mind. Hello? Hello? Ist ja wie in Fasmo, da wollen die Gäste auch nicht mit mir sprechen. Ich bin ja teilweise ein bisschen zu schnell, Leute. Ganz langsam, dreh dich doch mal ganz langsam rum. Dunkel. Okay. Okay, da kann ich nirgendswohin. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht mit dem Fahrstuhl runterkommen? Also LG wurde mir angezeigt. So, passt auf, wartet. Rufe Aufzug. Fahrstuhl. Guck mal, L, G. Drücke Untergeschoss. L, das L steht für unter. Ist ganz wichtig. Und wer hat hier sein Kind vergessen? Kann ich jetzt hier aufschließen? Es ist halt Gott sei Dank überhaupt nicht laut, wenn ich hier die Türen versuche aufzumachen. Okay, aber... Also pass auf. Ist jemand da? Ist jemand da? Also pass auf, der zeigt mir dahin, ne? Ist jemand da? Ah, das ist LG. Wir sind ja hier richtig. Das wurde uns ja gezeigt. Spielt das eine Rolle, wo ich stehe? Frage? Well. Ah, das Weinen ist weg. Was mach ich denn nun? Kann ich mit, mit, mit... Nee, warte mal. Kontaktiere den Gleis, um eine Frage darüber zu stellen. Ja, aber der will ja nicht. Also die hat sich ja gerade geweint. Aber ich kann nichts aufmachen. Kommt's in den Spiegel? Geht ja nicht. Der wird mir ja hier oben gar nicht angezeigt. Kann ich irgendwas machen, wenn ich den Ofer aufzuge? Wir gehen mal nach unten. Geht nicht lassen. Oh ja. Aber ich bin ja im Studiosen. Wie ist deine ri-Mhäden? nettes kind ich würde gerne den spiegel benutzen aber muss ich dafür in einem raum sein blümchen und bienchen ich bin lech baby und tina da können wir jetzt wieder also können wir jetzt mit ihr sprechen weil sie sich uns gezeigt ist einfach nur in irgendein zimmer wahlweise 116 warte mal war das unser zimmer gerade wir sind in 116 oder war das gerade ein ach so raum 106 ok gut hallo lieblingsbiene also müssen wir in raum 106 betrophäen habe ich schon gefunden hat jemand noch ein lageplan und weiß zufällig in wie viele ecken ich rumlaufen muss bis wir da sind sind jetzt 116 laufen wir in die falsche richtung maybe ne exit sind wir bei luftballons ist das für eine creepige scheiße nee halt stopp nee 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 okay warte ich weiß es noch nicht kann ich abschließen ne aber spiegel habe ich doch schon ist auf dem flur chat komm hier nie wieder raus aber ich höre nicht hallo snow na herzchen ich glaube ich habe whisky im dings es läuft ja draußen rum okay wir haben einen kindergeldbeutel gefunden was muss ich denn jetzt tun ich muss wieder runter natürlich muss ich aus der 106 raus na klar natürlich ich will hier nicht raus und chat was macht ihr so schönes das ist mir viel zu nah ich bleibe jetzt einfach drinstehen möchte jemand mir einen kaffee bringen oder sowas das wird eine lange Nacht. Seh ich denn auch seine Schritte, wenn er hier vorbeiläuft? Ich hab Spaß. Toll. Ich mach das gerne für euch. Oh! Alter! Ist das ein Arschloch! Wartet kurz. Ich geh... Ich bin zum Schrank. Raus, links, rechts, rechts. Ich geh nicht raus. Das bringt mich doch dazu. Warm. Ein Mann sucht dich. Herr Puscher darf mich hier gleich raustragen, ey. Weil ich mich hier nicht mehr raustrauen werde. Ich muss Stress dampfen. Wir müssen jetzt runter. Er ist da rechts weggelaufen, ja? Der Grudge-Dings ist ein bisschen lang, ne? Der Grudge-Dings ist ein bisschen lang, ne? Was war das jetzt raus, links, rechts, rechts? Was war das jetzt? Ich brauche noch was gleich mit, weil es einen kleinen süßen, flauschigen Etwas oder so. Das ist ja schrecklich. Ich weiß, ich Liebling, da haben wir Alkohol im Haus. Oh, falsch, Entschuldigung. Geist ist zu weit weg. Versuche dich zu nähern. Versuche dich zu nähern. Mich verscheißern? Hier? Stimme schwach vernommen. Ja, haben wir. Ob du das magst, ist was anderes. Okay, Lagerraum geht nicht. Das geht auch nicht. Kappe 1. 112, 101. Vielleicht direkt hier? Was haben wir denn da? Hallo. Was ist dein Name? Ich bin Amy Bell. Ich bin Taddy. Frage geistert zu den Dingen, die du gesehen hast. Das Objekt auswärts. Ich sah eine Frau im Basement, kreien. Wer war sie? Es war ich. Ein Mann, der sich in der Basement befindet. Dann hat er angefangen, zu stehlen, von mir. Das ist alles gut. Es war meine. Es war für meinen Geburtstag. Aber es war verstanden. Wer schickte diese violente Bilder? Der Junge hat sie schickte. Warum ist da eine Blutstained-Kloth in einer der Schickten? Warum sind da so viele Whisky-Flaschen? Ich habe ein paar Trophäe gefunden. Wer hat sie gewonnen? Ich weiß nicht. Die wird, glaube ich, gleich wieder abhauen. Und sie haut ab, ne? Okay, ist sie weg? Ich weiß nicht. Das stimmt. Okay, also ich glaube, wir haben über eigentlich alles, was ist denn... Lieblingsdankeschön für dein Resub im 32. Monat. Okay, also ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Warum nicht? Also wir haben sie ja eigentlich... Okay, ach da. Wir haben sie ja jetzt nun eigentlich ganz gut ausgefragt über alles Mögliche. Ich würde jetzt mal sagen... Können wir ins Erdgeschoss fahren? Küche. Ich glaube, in der Küche war das, ne? Oder? Ich glaube, da stand, dass wir in der Küche können wir... Wo war die Küche? In der Küche können wir das benutzen. Ist Jimmy wieder? Hä, schon wieder das Mädchen, aber... Geldbörse? Aber da hatten sie doch... Oder war das nicht genug, was wir gefragt hatten? Müssen wir noch mehr fragen? Aber wir haben sie doch eigentlich... Also wegen... Wir haben sie doch... Oder? Hätten wir noch was anderes machen können? Wo ist der Auftrag? Red' ich halt noch schneller möchte. Gott sei Dank überhaupt nicht laut. Wir gehen nochmal runter. Wir versuchen nochmal mit ihr zu quatschen. Aber dann hab ich ja irgendwas übersehen, oder nicht? Oder doch? Ist jemand da? So, jetzt in Kontakt mit Amy. Das hatten wir schon. Ein Junge... Das können wir nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Hatten wir jetzt hier noch irgendwas? Das mit den Whiskyflaschen hatten wir. Die Koffer hatten wir. Das Blut hatten wir. Profäen hatten wir auch. Alles anzeigen. Kundenobjekte. Das hatten wir ja alles schon. Bei meinem Geburtstag, sie wurde gestohlen. Da hatte sie keine Antwort, da auch nicht. Ich wusste nicht, was das war, bis Jimmy es mir gezeigt hat. Und der Junge hat die so weitjährigen Bilder gezeichnet. Das Tuch könnte ihrs gewesen sein. Das, das hatten wir auch. Wir hatten doch alles. So, nicht Geld... Ja, die Geldbörse habe ich ihr schon, war meine. Der Geldbörse war meiner. Sie war für meinen Geburtstag. Muss ich jetzt hier irgendwie Schluss folgern? Aber ich kann halt nicht mit ihr reden. Hey! Das ist halt jetzt... Also, ich frage mich jetzt halt... Also, irgendwas muss ich ja vergessen haben. Oder ich habe irgendwas nicht. Ist da irgendwas, was ich dringend brauche, damit das weitergeht? Für meinen Geburtstag hat er keine Antworten, keine Antwort. Ich habe hier alles gezeigt. Und ich glaube... Ich habe sie im Keller eingesperrt. Danach kann ich sie nicht fragen. Ich muss noch irgendwas finden. Irgendwas ist hier noch. Ich habe alles. Sicher? Weil, der hat mir ja jetzt angezeigt, dass ich hier wieder hin muss. Vielleicht in den dunklen Zimmern. Weil, dann weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Weil, ich habe ihr alles soweit gezeigt. Aber der Spiegel hat mich ja wieder hierher geführt. Das ist halt nur die Frage... Kann ich in den Raum jetzt gehen? Meinst du in einem Zimmer, oder was? Ist jemand da? Schwach. Und irgendein Zimmer hat mich im Keller eingesperrt. Dann begann er, Sachen von mir zu stehlen. Es kann ja... Der falsche Schlüssel. Okay. Warte mal. Okay. Das ist auch der falsche Schlüssel. Ich glaube, der Wart hat. Wir haben ja... Lagerraum, Lagerraum, Etage 1. Das kann es ja nicht sein. Also fehlt uns hierfür der Schlüssel. Right? Richtig ist das richtig? Ja, ne? Die kriege ich gar nicht auf. Okay, check. Da ist die Stimme drin. Nein, gar nicht. Die ist hier vorne. Aber ich... Kann sie halt nicht fragen. Also ich habe halt nichts mehr. Und hier ist auch nichts. von meiner, sie war für meinen Geburtstag. Sie wurde aber gestohlen. Hat mich im Keller eingesperrt. Dann begann er, Sachen von mir zu stehlen. Ja, aber über das Holzpaddel habe ich doch gefragt. Da hatte sie nämlich keine Antwort. Ja, und nun? Könnte meins gewesen sein. In welchen Raum muss ich denn dann jetzt gehen? Weil... Da habe ich keinen Schlüssel für. Wenn ich jetzt... Pass auf, wir gehen mal oben in die Küche. Meine Fresse. Wir gehen jetzt noch mal oben in die Küche. Komischerweise jetzt das Licht aus ist. Spielraum im Erdgeschoss. Wo war denn der Spielraum? Warte mal, war das nicht die Küche, wo ich drin war? Was ist hier? Arcade. Kann hier nichts drücken. Warum nicht? Also ich könnte hier theoretisch irgendwas machen. Aber irgendwie auch nicht. Okay, ist es verwirrend, das Spiel? Ich gebe es zu. Also hier ist nichts. Da ist zu dunkel. Da kann ich nicht rein. Falscher Schlüssel. Falscher Schlüssel. Lagerraum, Lagerraum. Sonst habe ich keine. Also das ist jetzt... Den hier meinst du, ne? Spielraum im Erdgeschoss. Das ist der. Da kann ich aber nichts mit machen. Also muss ich gucken, dass ich... Hier irgendwo... Auch Strom. Ob vorne an der Rezeption irgendwas wegen Strom ist oder so? Hier komme ich nur so. Weißt du, was mich... Oder wisst ihr, was mich wundert? Warum hier plötzlich das Licht aus ist? Das war ja vorher nicht. Hallo, Steppel. Dankeschön. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Warum? Aber pass mal auf. Wenn wir jetzt hier reingehen, ne? Dann zeigt mir der Spiegel wieder, dass ich nach unten gehen soll. Und Jimmy. Wunderschön. Das ist Amy. Jetzt kommt gleich der Geldbeutel. Das ist der Geldbeutel, den wir gefunden haben. LG. Ich kann hier auch nichts anklickern oder so. Was ist hier? Das hatten wir schon versucht, glaube ich. Hatten wir die Schlüssel versucht schon? Falscher Schlüssel. Ich kann aber auch nicht mehr hinter den Tresen latschen. Das fällt auch raus. Verdammt läuft der hier unten nicht rum. Ich würde hier einfach gehen. Ich würde halt einfach... Das ist eine Glastür. Ich würde hier halt letztendlich einfach eintreten und fahren. Da geht's nach oben. Hm. Weiß ich nicht. Sollen wir uns vielleicht erst mal das zweite OG angucken? Chat, was meint ihr? Hier ist das Arcade-Zimmer. Also, ne? Hier ist das Spiele-Zimmer. Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Und da kann ich aber nichts machen. Kann nichts benutzen. Kann keinen Schlüssel reinstecken. Geht nichts. Da fehlt mir bestimmt irgendwas, oder? Also, ich meine, die sehen halt alle aus, als wären die nicht an einem Strom angeschlossen. Warte mal, geht's noch runter? Klar unten. Ja, doch. Ja, klar. Der Keller waren wir ja gerade. Aber aufpassen. Ja, ja, ich passe auf. Ich fahre noch mit dem Fahrstuhl. Ist sicher. Ist auch überhaupt nicht laut, der Fahrstuhl. War ich hier nicht dran? Nein. Der war am ersten. Gucken, ob er da jetzt noch ist. Bin mal gespannt. Drückt mir die Daumen. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt uns, wenn wir in den Arcade-Raum. Hier sind auch überall Luftballons. Stopp mal. Kann ich speichern mal kurz? Aktuelles Spiel gespeichert. Super. Okay. Wir fangen... Rechts an. Da geht's runter. Das ist sehr gut, Chat. Okay. Gott. Hä? Ich kann hier nichts durchsuchen. Okay, wir sind hier im Lager. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, wird der mir wieder anzeigen, dass es... Ne? Ich kann hier aber nichts machen. Nichts. Ist halt voll fies, dass hier kein Spion ist. Angst. Äh! Äh! Vielleicht noch nicht in den Zweiten. Zu dunkel. Hm. Erstes haben wir alles komplett durch. Können wir in den Dritten? Guten Tag. Ansonsten muss ich gleich nach einer Lösung gucken, weil ich sitze sonst hier fest. Ich wollte eigentlich nicht so weit. Aha. Okay. Hier geht's weiter, Chat. Wir haben's. Wir schrocken. Na, Klegel vom Fahrstuhl. Ja. Der Fahrstuhl ist ein bisschen laut. Du hast einige zerbrochene Wandspiegel gefunden. Wie viel kann ich in meine Tasche packen? Ist hier irgendwo ein Loch? Ich hab vergessen, durch Spion zu gucken. Ich hab vergessen, durch Spion zu gucken. Das ist in Mary Poppins Tasche. Ja, ist so. Äh. Okay. Okay. Lager dunkel. Da meinte ich, ich muss in nem dunklen Lager mal nachfragen, ob da jemand ist. Okay. Hier sind nicht viele Räume. Zauberspiegel hab ich bereits schon. Mehrmals jetzt. Das passt leider nicht rein. Ich habe zerbrochene Spiegel in meiner Tasche, meiner Hosentasche. Aber sie hat ja keine Tasche dabei. Das ist es ja. Okay, wir müssen nur andere Seite. Wir müssen nur andere Seite. Wir schaffen das, der ist eh... Nein. Wieso ist der hier oben? Der war doch gerade noch im ersten. Wenn der jetzt wieder von unten hier hoch guckt, ne? Ich schwör's euch. Nein. Der war doch gerade noch im ersten. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Ich steh gerade auf dem Schlauch. Also wir waren unten und haben sie nach einem möglichen Ding gefahrt. Wir haben jetzt noch einen zerbrochenen Spiegel gefunden. Ne, Spiegel, die wir in unsere Hosentasche gesteckt haben. Die kann ich ihr jetzt noch zeigen. Und dann weiß ich auch nicht mehr. Warte nur, wo bleibst du denn? Hä? Jimmy. Ansonsten weiß ich es halt auch nicht. Was ist denn? Was ist denn das denn? Er kommt ins Zimmer. Dafür kann ich mich ja verstecken. Aber das ist das eine Zimmer hier drüben noch. Tollen Kompass. Das ist eine handgeschriebene Notiz. Auf Wiedersehen. Hallo Xtian. Guten Abend. Guten Abend. Was passiert denn nichts? Oder hätte ich da mit ihr noch... Nee, da konnte ich... Hab ich mit ihr da gesprochen? Wo ist denn Jimmy jetzt? Jimmy? Ich weiß auch, wir machen jetzt folgendes. Ich bin hier. Das ist so schlauer. I don't know. I don't get it. I like. Dankeschön. Ja, ich dachte, wir ziehen mal Halloween ein bisschen vor. Kommt der jetzt hier rein? Oh. Oh. Hacke mal nicht so. Ich seh nix. Ich bin mal im Lock. Mach das. Ich hätt jetzt mal ganz kurz was gucken müssen. Wir müssen ja eh warten, bis der hier mal reinkommt. Und... Ja, ja. Okay, man hört ihn kommen tatsächlich. Finde ich gut. Wir müssen jetzt mal ein bisschen reinfallen sein und nach ein stylus mit Okay? Ja. 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 Kör decade mal. Jetzt sind tenemos duck und hier. es ist halt alles auf englisch das ist halt ein bisschen kacke kommt er jetzt hier rein oder nicht was hast du jetzt so gemacht du ich habe die ganze zeit im schrank gestanden keine ahnung leiter kombin hier wartet mal ich versuche jetzt mal was mal gucken ob das vielleicht ist das rätsel lösung ist das ist schrankdienst ich trau mich nicht raus weil der idiot hier lang läuft denke ich das problem ist jetzt raus ich habe ihn ja gerufen das war das problem eigentlich habe ich gedacht ich rufe den der kommt ihr ja guckt rein geht wieder tschüss ende jetzt ist er weg ich weiß nicht wo der händler ist entweder kriegen wir gleich ich dachte der kommt rein denkt ich habe ihn verarscht und gehe also ich habe hier ich mache das nicht gerne aber ich habe mir jetzt mal ein lösungs ding sie hier rausgeholt ja ich muss beides kommen kann ich es kombinieren kann ich nicht ich kann ja nichts dinsen ich gehe jetzt in den arcade room und mach einmal ansonsten weiß ich auch nicht weil ich weiß nicht was ich machen soll warum jagt er dich eigentlich weil der hat jemanden umgebracht also denke ich mal also er hat da zumindest ne lag da und er hat sie weggeschleppt basement leave basement with the elevator after appears go back to the basement ask the spirit gods girl in the basement chides paris combine both ground floor amusement arcade after the ghost titling ask the spirit box in the arcade da bin ich doch aber und das ist die spirit box und ich kann nichts machen warum ist das spiel so kompliziert wollte eigentlich nur ein paar jumpscares das ist ja nur geholfen die meiner kumpelinen die genervt hat oder weil sie fremd gegangen ist oder so das ist tatsächlich verpasst auf wir fragen jetzt das mädel nochmal wer sonst okay passt auf wir haben ich habe keine ahnung was ich hier machen soll sie hat keine antwort back to the basement ask the spirit box girl in the basement child's purse ich muss mal kurz wird gucken jetzt kommen wir gar nicht weiter handtasche des kindes kombiniere beides an tasche sollte jetzt die handtasche kombinieren so habe ich den ladebalken aber ich kann ich kann noch nichts kombinieren alles anzeigen nein ich werde spiel gleich abschmiert ne ich sag wie es ist nicht sauer spielhalle fragen sie nach der gesichter nach der geistersicht und die spirit box in der spielhalle aber das hat zu viel ist an wir gehen nochmal spielhalle nein wala wala sie ist aber ist löst Ist jemand da? Ist jemand da? Ne. Ist jemand da? Muss man leider rauschen, streamen. Mach's gut, Dylan Chin, dass du da warst. Ist jemand da? Da ist keiner. Weiß nicht, wie oft ich noch fragen soll. Was war denn die Geistersicht? Ne, das war hier Amy. Ist jemand da? Sing from Amy, der Leiter, combine both. Warte mal. Also Jimmy darf ich jetzt nicht über den Weg laufen, aber... Jimmy steht von Amy, der Feuerzeugt, kombiniere beides. Weil ich kann doch hier nichts kombinieren. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Boom 109, gun until the end of the room and make a turn. Swordbox. Holding a toy on fire. Wir müssen in den ersten Stock. Ich versuch das jetzt mal. Irgendwie wird's grad langweilig. Wir fahren jetzt mal in den ersten Stock. Raum 109, First Floor. Mal gucken. Oh, Jimmy. Ich hab hier schon... Ich hab dieses Rädchen hier an meiner... Um's kotzen. Das nervt halt so gar nicht. Das war mein Zimmer hier. 100, ne? Was ist das hier? Das ist 107, ne? 108. Ah! Bloß gut, dass ich so einen scheißfesten Griff habe, Alter. Ich hätte grad fast meine Dampfe weggeschmissen. Ich hab grad fast meine Dampfe weggeschmissen. Ich hab meine Dampfe weggeschmissen. Gut. Bin ich nicht die Einzige, die sich erschrocken hat, ja? Scheiße. Der hat meine Spiritbox. Oh, so ein Arschloch. Oh, Jun. Oh. Endlich mal ein kleiner Arschloch. Mal ist schon der... Ich weiß nicht, wie viel der das jetzt schon war. Ich hab keine Ahnung. 107. Wo ist der Lagerraum? Ich hab im Lagerraum. Ja! Such ich gerade. Lass mich in Ruhe. Vor allem... Sie guckt doch um die Ecke. Sie guckt doch um die Ecke, oder? Mit Farbespülen zur Abgeleckung. Mach das! Habt ihr alle erschrocken? Ich gar nicht. Ich bin nur ein bisschen eingetintet. Alter, das ist schwer. Kurz weggenickt und hab ich über Kopfhörer gehört. Ich bin nicht die Einzige Schisserin hier. So, wir brauchen jetzt Raum 109. Nochmal. 108. Es kann aber sein, dass das richtig ist, Chat. Ich... Also, wenn er hier steht... Haben wir hier einen Schlüssel für? Bitte. Alter, die Klappe. 119. Scheiße. Nee, haben wir nicht. Okay, passt auf. Nein. Wir müssen jetzt hier drin die Spiritbox befragen. Who's there? Hello? Nein. Go until the end of the room. Make a... Spiritbox. Ask Amy holding... Toy and Fire. Hier ist nix mit dem Toy and Fire. Halt. Hello? Is someone there? Okay, habe ich irgendwas kaputt gemacht? Also, meine Schrecke bei Fasmo gerade war schlimmer, hatte ich das Gefühl. Ich habe fast meine Dampfe weggeschmissen. Also, wir haben das Mädchen im Keller. Geldbörse. Derpentine, ich wusste nicht, ich wusste nicht, was das war, bis Jimmy es mir gezeigt hat. Ich kann hier aber nichts kombinieren. Go until the end of the room and make a 360-Grad turn. Stealing from Amy, derpentine and light combined with. Haben wir gemacht. Genau, wir haben ihr das gezeigt und wir haben das da gezeigt. Aber ich kann ja nichts kombinieren. Oder kann ich hier irgendwas kombinieren? Ich habe irgendwas verpeilt und was verpasst. Sichtung überprüfen. Emma hat taktiert, du hast bislang keine Errungenschaften. Ja, weil ich nicht weiterkomme. Ach, Mann. Ich spiele immer so viel versprechend. The ghost sighting as us, the spirit box in the arcade. Ja, das habe ich ja alles, aber das ist halt scheiße. Das warst du eigentlich nicht auf der Polariscon in Hamburg. Wann waren die? Ich war ja nur letztes Wochenende da. Ich gehe jetzt mal schnell Pipi machen. Verstecken uns jetzt hier. Da wird ja eh nichts passieren. Ähm. Er ist gerade unspannend, weil ich nicht weiterkomme. Und es gibt halt leider nur die ganze Geschichte auf Englisch. Leave Basement with the Elevator. After appears, go back to the basement. Ask the spirit box. Ist ja schwer, mit so einem Onesie Pipi machen zu gehen. Man ist auf Hilfe angewiesen. So. Boi, Burak, wunderschönen guten Abend. Da. Sehr gut. Ich bin doof, Chad. Scheiße, wo bin ich? Natürlich können wir kombinieren. Wir können ja... Ja. Alle weggelaufen. Also ich trinke gleich. Nein, 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 nein. Wartet. Ich bin doof. Wir müssen kombinieren. Natürlich. Ich habe auch gesehen, wie. Ich habe jetzt meine Brille aufgesetzt. Jetzt bin ich schlauer. Boi, Burak, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest eine angenehme Woche und ein wunderschönes Wochenende. Ich werde morgen eigentlich alles frei. So, passt auf, Chad. Das ist ja blöd. Sehr gut. Ja, hatte ich. Sehr schön, das freut mich. Ich bin Amy. So, passt auf. Also. Frage, ob sie miteinander verbunden... Was ist hier? Hier, ground. Jimmy würde nicht, ja, Jimmy nahm ihn sich nicht aufpassen, stein mein Geld, ich schimpfte ihn aus. Ist jetzt weg? Ist anyone there? Ich darf arbeiten. Also ich hab morgen frei, deswegen sitz ich jetzt hier da. Wird ja auch alles bei mir. Wunderbar. Ich hab gerade in diesem Spiel tatsächlich mal so ein bisschen ein Brain-Lag gehabt, weil immer stand kombiniere, kombiniere und ich dachte mir ich kann doch nicht kombinieren. Natürlich kann ich es kombinieren. Natürlich. Ich fahr ja auch zum Schneepi und knuddel ihn mal morgen ganz dolle von mir. So richtig mit einer Brust. Mach mal. Also bei uns ist morgen nämlich Feiertag. So, pass auf. Oh mein Gott. What? Is it Amy? Yes, it's Amy. Okay. I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Because he thought it was funny. He gave it back yet what you said about jimmy stealing your toy does that have something to do with what you said about the turpentine lighter Was war das jetzt? So schnell konnte ich jetzt nicht gucken. Oh, wo Küche? Ey, zu dunkel. Wo Küche? Da Küche, ne? Ich muss noch mal reingucken in den Spiegel. Es tut mir mega leid, aber ich habe das jetzt nicht erkannt. Also wir müssen in den ersten Stock. Erster Stock. Ist das jetzt dieses, dass ich in den Raum 109 muss? Schönes Bild hier übrigens. Im ersten Stock rennt er doch rum, ne? Ach, ne. Halt. Halt die Richtung, Küche. Wir müssen einmal hier, dann links, dann gerade. Nochmal. Links. Wann ist das jetzt das mit dem Ruhm? Ich habe hier eine Ladeschnecke. Ihr seht das nicht, ne? Ich habe hier eine Ladeschnecke an dem Pfeil. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich brauche Patze. Nein. Das ist Raum 106. Scheißegal. Das ist mir gerade scheißegal. Ich muss denken. Der haut uns doch wieder über die Rübe, wenn wir da jetzt rausgehen. Ich bin... Wer war das? Amadoran. Er hat gesagt, er kommt. Der haut sich weit weg an, Chad. Er hat sieben. Oh. So konnte ich den da jetzt... Er flackert. Da rein. Ich habe, glaube ich, 480. Guck. Bleib gleich bis zum Streamende. Einfach so. Das ist doch gruselig, oder? Also ich finde, das ist sehr gruselig. Guckt euch mal die Tapete an. Also das geht ja gar nicht. Was ist denn das für ein Hotel, bitteschön? Die können ja mal renovieren da, oder nicht? Das hat's geflackert. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist jetzt... Was war das jetzt von Raum 108, ne? Wir müssen in 109. Einfach den Schrank über... Ja, eh, dich betötet Stipps, da hast du recht. Was, Puscher, du schaffst das? Soll ich da rausgehen? Soll ich raus? Eins in den Chat. Wenn ich da jetzt rausgehen soll, dann schreibt eins in den Chat, dann gehe ich raus. Da noch so ein bisschen... Hört sich weit weg an. Eins? Ja, ich gehe raus. Chat ist gut. Chat ist super. Kann ich's jetzt zumachen? Halt die Fresse. Ich muss kurz nen Schlüssel suchen. Nein, hab ich nicht. Wann das seine Schritte? Was ist denn das für ein Bild, bitte? Jetzt bin ich benebelt. Wir kommen zurück. Was ist denn jetzt da? Wann da ist jemand? Kommt der jetzt rein? aber hier ist nichts first floor room 109 go until the end of the room and make a 360 grad turn die fresse ich telefoniere das schwert das schwert haben wir okay wir müssen ins zweite lange halte ich aber dieses hin und her gewusche hier nicht mehr aus hier ist nichts da war auch nichts ich habe nur die den sinn von 360 grad törn nicht ganz so verstanden wir müssen uns zweite doch die hose damit ich fertig wo müssen wir lang so das schwert haben wir das war oben ne dieses ist er okay wir müssen nach oben wir müssen der rennt doch hier rum der psycho noch mal rufen kann wir trauen uns jetzt wir sind jetzt mutig das ist nein 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 Oh, oh, oh. wer klopft denn da niemand zu hause ja so spielnismä ja wekkö kukö Zuerst bist du in Sicherheit. Ich bin noch nicht in Sicherheit. Wenn ich jetzt rausgehe, wäre ich wahrscheinlich so. Ich kann speichern. Zuerst bist du in Sicherheit. Zuerst bist du in Sicherheit? 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 Wo ist denn hier im zweiten obergeschossten Lager? So ein Arsch! Es ist Schade, dass ich diesen Pulsmesser nicht dabei habe, aber der hat hier unter diesem Teil hat der keinen Platz. Ich bin in Raum 107. Ah ja. Maybe ist es zu dunkel hier drin? Wo waren die Treppen? Ich kann grad nicht quatschen. Ich hab meine Spiritboxen. Ich warte kurz. Okay. Moment. Wir werden gleich so weit von zerschlagen. Hör mal. Ja, ich muss das Lager erstmal finden. Lass mich in Ruhe. Da ist ein Lager. Da komm ich aber nicht rein. Ist schlecht. Hallo? Wo waren nochmal? Wo waren die Treppen? Frisse. Hier ist Lager. Aber hier ist es nicht drin. Richtig? Richtig. Machen es ganz einfach. Wir fahren jetzt mit dem Aufzug runter. Gehen dann wieder hoch. Das kommt davon, wenn man eine Orientierung wie ein Stück Weißbrot hat, ey. unten kann er nicht rumlaufen, ne? Ja, mal ganz kurz Ruhe. Wir können durchatmen. Wo waren die Stufen? Wo waren da? Da muss ich jetzt ins Zweite, weil er mich im Zweiten gefasst hat. Und sag jetzt bitte nicht, ich muss ins Zweite. Oh, nee. Gott sei Dank. Pass auf. Dann sammle ich mein Gerät ein und dann steht er wieder draußen. Das ist ein Teufelskreis, I mean. Vergiss es. Hau ab. Geh weg. Heiße, hier ist es dunkel drin. Nein. Ich bleib jetzt hier im Badezimmer. Chat, was macht ihr grad so? Erzählt mal ein bisschen. Was habt ihr heute so getrieben? Geht ihr morgen auf ne Halloweenfeier oder so? Nein, ich verstecke mich gerade. Ich habe jetzt gerade gar keine Angst. Ist der jetzt gerade hier vorbeigelaufen oder nicht? Du warst auf der Polaris, Johnny. Wie gesagt, ich wohne ja nicht in Hamburg. Ich war ja nur bei meiner Mama zu Besuch. Das ist eine Wochenende. Hamburg ist schon echt geile Stadt. Ich habe halt nicht so viel gesehen. Also ich war halt nur irgendwie in der Innenstadt da. Irgendwie da weint ein Mädchen. Ich muss da jetzt mal kurz hin. Ja? Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Spiel noch durchhalte. Ey, die ganze Zeit mein Herz. Alter Schwede. Dann komm doch jetzt mal. Meine Güte. Ich muss zu dem Mädchen. Ich habe irgendwas im Auge, Jimmy. Tut weh. Es tut weh. Jüdiger Sonntag war es bei mir. Viel zu viel. Fortnite? Das ist Fortnite. Muss ich auch noch spielen, ne? Ich bin halt auch irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Ich hätte, glaube ich, einfach nur links langlaufen müssen. Ich höre halt das Mädchen weinen. Ich würde halt jetzt gerne hin. gleich gespeichert. Ich speichere nochmal. Sollen wir rausgehen, Chat? Eins in den Chat, wenn wir rausgehen sollen. Warum ich nicht. Wir nochmal ganz kurz. Ich habe den, glaube ich, gerade gehört. Ich habe den, glaube ich, gerade gehört. Okay, wer jetzt Niki gefollowed hat. Gehen wir jetzt raus, Chat. Spacered ist ja... Ich will nicht. Schnell. Ist das so böse? Blitzdingste, Dingsse. Ja, ja. Was? Ja, schön, dass ihr da seid. Wurde geblitzt, Dings. Was ist er denn jetzt? Wir sind jetzt in den Raum 106. Das heißt, wir sind zu weit gelaufen. Nee, nee. Ohne Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie lange ich dieses... Ja. Ich bin fertig, ne? Wenn er in den Raum gehen will, während du durch den Spion schaust. Das ist eine gute Frage. Möchte ich es aber ehrlich gesagt nicht ausprobieren? Aus, Chat? Ich hole nochmal durch den Spiegel. So viel Zeit muss sein. Ach, guck mal, Amy. Das wünsche ich dir auch, Vita. Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du hattest ein superfeines Wochenende. Vor allem das Geile ist ja, der Spiegel zeigt mir schon, ich glaube, drei Schritte weiter an oder so. Oh, guck, guck. Ich hab immer noch diese Ladeschnecke an dem Pfeil. Richard, wir gucken nochmal ganz kurz durch den Spion. Emmys kommen gleich. Warte kurz. Ich hab halt dieses Game fucking laut bei mir auf den Ohren, ne? Aber ich hör ihn nicht lau... Ich hör ihn nicht. Jetzt hör ich ihn. Sehr schön, das freut mich. Das freut mich sehr. Du hast ihn gerade gehört, oder? Ihr hört... Ihr habt... Spielsound. Down here! Dankeschön. Vielen Dank. Ihr seid so süß. Eins. Jetzt geh ich bestimmt nicht mehr raus. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sitzen wir hier fest. Ich hab ihn gerufen. Jimmy! Mäuschen, mach mal piep! Ich sollte mir noch das FASMO-Update angucken. Mach mal hinne. Weitergehen. Okay, Chad, wo gehen wir hin? Rechts oder links gleich? Ich hab den gerufen. Also es kann passieren, dass der jetzt hier gleich vor unserer Tür steht und sagt so, guck, guck. So. Okay. Ich laufe in die verkehrte Richtung, oder? Ich laufe in die verkehrte Richtung. Bin ich hier? 113. Völlig falsch. Ich weiß ja, in der guten Nacht, ich hab ein bisschen... Ja. Ab 19. Abend, Nibi. Behält mir jetzt das Patientchen. Hallo? Oh, Leute! Hör auf damit! Seid ihr das so böse? Oh, ich hab aus Versehen einmal zu... Okay, jetzt bin ich komplett falsch. Nein. Nein, 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 nein. Gieß Steuerung. Ich hasse sie. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Dunkel. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Chad. Arsch. Nein, es geht... Der hat um die Ecke geguckt. Juhu! Wollen wir uns das Fastball-Update noch angucken? Nicht mehr. Was hat er schon gemacht, Steffen? Nein. Warum nicht? Das ist voll toll, hat Claudie gesagt. Was hat er tatsächlich schon gemacht? So hoch geguckt. Was er noch nicht gemacht hat, ist einfach mal so dran vorbeizulaufen. Ist verpasst. Ich klipp das alles nach für euch. Ist gar kein Problem. Da wird das... Da gibt's hier ein Best-of. Best-of-Halloween-Stream-Pusche. Ich krieg hier heute noch einen Herzinfarkt. Ich sag, wie es ist. Nein. Und ich verklick mich nochmal. Wir verlassen jetzt den Raum 107. Ben. Mann! Graf! Gott verdammt Is it Amy? I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? I was trying to find a doctor, but Jimmy threatened me and made me stay. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have something to do with what you said about the sword? Yes, he got it down from the wall. It looked really sharp. Who is that, Jimmy? Alkohol? 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 who do anything? Ah, the truth is, of course… ist voll das arsch wenn ich jetzt wieder den spiegel frage dann zeigt er zeigt er mir doch wieder nicht das was ich machen soll 112 es ist ja am anderen ende nein okay was denkt ihr wie viel wie oft wird er mich jetzt töten was ich noch alles zu erledigen habe hier ja also müssen raum 112 er ist mit zu ruhig ich höre den lieber gern irgendwie rufen auch und wenn der hier ruft ist mir egal ob sache der sagt irgendwann war das jetzt weit weg irgendwas im auge ganz ekelhaft eine gute naht kommt gut in die neue woche ich wünsche dir ganz viel spaß herzchen ich bin doch immer im zimmer was willst du von mir ich kann ja aber abschließen okay wir müssen raum 112 aber die türmer zugesperrt er geht mir nämlich auf den sack der hörte sich gerade verdammt nah an wir müssen raum 112 was ist minus 100 da geht es weiter und dann ist irgendwas noch im zweiten geschoss ein ganzer chat leer was sind dort gut jetzt ist diskod leer uch eine zeilen raum werfen okay ist okay kann man gespeichert ich glaube bei dem spiel speicher ich mehr wie ich sollte so anzumachen während man sie an hat ist schon komisch kann ich mir auch ein bisschen erotisch vorstellen schnell liquid nachfüllen und dann geben wir versuchen wir zum raum 112 zu kommen 112 war das problem ist ich glaube ich muss warte mal ich stehe ja dann vor der tür ich muss rechts rum und dann zur not retten wir uns in hausflur den ich eh nicht finde also von daher okay nein ich bleib hier drin ich gehe nicht raus er kommt hat er gesagt kann ich mich nicht einfach wieder hinlegen nein keine option geht er jetzt hier noch mal vorbei oder geht er immer nur einmal nun waren sehr schöne spielzeit schön dass ihr da war komm hier nie wieder raus der ist jetzt nach links weg ne er geht mal normal vorbei ja aber die frage die frage ist jetzt erst einmal nach rechts und jetzt wieder zurück nach links gegangen wenn ich jetzt nach links gehe laufe ich ihm dann in die arme müssen muss ich muss raus chat ich muss raus es geht nicht ich habe keinen gesehen er ist voll langsam dran vorbeigelaufen steppel jetzt einmal nach links ne na einmal nach rechts und dann wieder nach links gelaufen ich habe mittlerweile in beiden augen was ich möchte zuschieben wir trauen uns jetzt noch einmal kurz gucken er hörte sich weit weg an sperr die tür zuerst auf ach weißte erbsenzüge das könnte er gehört haben wir gucken nochmal ich habe schon wieder die dampfe in der hand das wird schwierig ich habe es hier ein schlüssel für geil moment wir haben uns getraut ich will mich nicht verstecken wir sind im raum 112 und nun er trinkt etwas schreckliches darf ich raten kann ich hier was keine du behalte doch mal die klappe jetzt ich muss hier kurz telefonieren er sagte es war medizin wo ist der alkohol 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 hat das nichts zu tun mit dem du gesagt hast über die whisky-bottel vielleicht er sagte mir immer dringend zu trinken es war schrecklich aber dann habe ich angefangen zu fühlen und dann gehört er ist der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Im dritten Und der mit der komischen Nase Ist im zweiten, wir müssen im dritten Ich halte mein Handy mittlerweile einen halben Meter von mir weg Ich spiel das für euch durch Gar kein Problem, mein linkes Auge drehen Ich mach das für euch, ist heiß gespeichert? Ich glaube Wir müssen in den dritten Und ich befürchte Wimmi ist stock sauer Ich weiß Ist wie es Ist hier gerade nochmal durchgelaufen Jetzt schon mal Nacht Die gute Nacht kranken Und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß Und nimmst dir Schnippis mit den Arm Und den so Ganz toll für mich Danke Weil das Zimmerfall ist, gucke ich nur noch so halb auf dem Bildschirm Ich auch Ich hab die ganze Zeit Gänsehaut Der ist nach links weg, ne? Oder ist er wieder zurück? Ich hab's nicht gesehen Ich musste aufschließen Trauen wir uns raus, chat? Trauen wir uns raus? Mal kurz gucken Okay, Kilo traut sich mehr So, was lustig wird Diese ganze Spiegel Nachher wieder abzuwaschen Hier, Schipsel, guck weg Ich nicht, aber du schon Äh Hier, Schipsel, guck weg Nein, Puschel, das war zu weit gedrückt Ist es Amy? Ist es Amy? Die Stimme ist schwach Sie stand draußen Das heißt, wir müssen Ich hab aber den Schlüssel nicht dafür Wo ist er eigentlich? Wir gehen grounded Und gehen die Treppen hoch Weil für unten haben wir Ja doch Nee Doch, für unten haben wir einen Schlüssel Das heißt, wir können zu Fuß Einmal bis hoch Und dann fragen wir sie Weil sie stand ja Außen bei den Stairs Hier ist ein schönes Spiel Macht Spaß Weiß nicht, wie oft ich mich schon Eingelullert hab, ey Aber Also komischerweise Ich muss sagen Ich hab so ein paar Passagen Wo ich dann so ein bisschen Hier klopft's auf Ja, stimmt Zweite Etage Klopft's Hab ich ab und zu mal so Passagen Wo Motion Sickness So ein bisschen reingekickt Aber Ist jemand da? Hallo Ist es Amy? Ja, es ist mir Ich sah dich auf den Stairs Auf der Bannister Was warst du? Ich fühle mich wirklich leicht Ich dachte, ich könnte wirklich Oh nein, oder? Jimmy hat ihr Alkohol gegeben Daraufhin hat sie gedacht Sie kann fliegen Ja, ich komm gleich Und dann ist sie Ganz runter? Ja Ist es Amy? Ist es Amy? Ist es Amy? Ich glaube, ich habe sie gefunden Ja Du hast Amys Geschichte vervollständigt Er ist Amy Ich glaube, ich habe sie gefunden Und es ist sie